Willkommen Freunde, zurück zu einem neuen Video. Heute hier vor mir liegen habe ich die i1000TWS und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, ist es diesmal die Gearbest Edition. Das sieht man zum Beispiel immer hier oben dran, dass das direkt nochmal auf der Box steht und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen drauf sind. Also wieder die i1000TWS in der Gearbest Version. Diese wurden mir auch freundlicherweise von Gearbest.com zur Verfügung gestellt. Einen Link genau zu diesen Kopfhörern findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Warum betone ich Gearbest Version extra so? Natürlich, weil es die i1000TWS auch noch in der Hightech Edition, also in der Edition von mir selbst gibt, die ich zusammen mit einem Hersteller entwickelt habe. Das ist eben hier wirklich die Gearbest Version. Die wollen wir uns in diesem Video einfach mal anschauen, was die denn so zu bieten haben, wie gut die auch vor allem so ein bisschen im Vergleich zu meinen i1000 sind, die ich ja immer wirklich sehr gelobt habe. Deswegen schauen wir uns die jetzt mal an. Die Verpackung öffne ich jetzt einfach mal. Hier haben wir natürlich mal so ein kleines Highlight, sage ich jetzt mal so. Die Leute, die auf Verpackungen stehen, finden das sicherlich super. Designed bei Apple in California. Steht hier. Macht euch da mal keinen Kopf. Es sind welche ohne Branding. Deswegen verlinke ich die auch und nur weil da natürlich so ein Schriebssel hier drin ist, ist das natürlich vollkommen egal. So kommen die also zu euch an. Direkt auch mit diesen Cases. Bei mir waren die direkt schon in der Hülle so drin. Übrigens waren die bei mir auch versiegelt. Habe ich aber natürlich schon gelöst, um mal reinzuschauen. Ansonsten, was haben wir noch drin? Hier direkt ein Lightning-Kabel, was auch wieder in der gewohnten guten Qualität ist. Dann nochmal hier so ein Anti-Verlust-Band, also wo wir die Kopfhörer dran machen können, damit die eben auch nicht verloren gehen. Warum man jetzt hier noch einen Karabiner rein tut, wahrscheinlich einfach für das Case, um das irgendwo dran zu machen. Und dann eben noch hier so ein, ja, ebenfalls Schriftstück oder so ein Warnhinweis, wie auch immer. Das ist häufig bei diesen chinesischen Sachen dabei. Das also zum Lieferumfang. Jetzt schauen wir uns mal die Fake AirPods genauer an. Kommen wir also nun mal zu den i1000 TWS von GearBest. Die kommen in dieser Version, das ist so eine blaue Hülle, die wir hier eben drum haben. Es sind Fake AirPods der zweiten Generation. Ich sage wieder Fake AirPods, denn es sind natürlich keine Original-AirPods, sondern eben, wie gesagt, Fake AirPods der zweiten Generation. Schön ist natürlich, dass so ein Silikon-Case gleich dabei ist. Es handelt sich hierbei um Kopfhörer, die 35 Euro, also so 33 bis 35 Euro der Zeitaufgibes kommen, erhältlich sind sozusagen. Silikon-Case macht übrigens einen guten Eindruck, weil es schon dabei ist. Das erwähnen wir natürlich dazu. Also passt auch sehr gut um dieses Case. Ich finde aber allerdings auch für diese Kopfhörer jedes x-beliebige Case von den Apple AirPods der zweiten Generation nehmen. So sehen die also aus. Vom Case her, wenn ich die jetzt mal so in der Hand habe, ich habe wirklich viele Modelle in der Hand gehabt, wie ihr auf diesem Kanal auch sehen könnt, von den i80, i60, i30, i200, i500, i1000. Also auch echte AirPods, da weiß ich natürlich, wie die Qualität ungefähr ist. Das fühlt sich hier vom Case her schon mal wieder relativ gut an. Es fühlt sich jetzt nicht irgendwie sensationell an, sondern es fühlt sich ganz normal an. Es macht einen wertigen Eindruck, es hat auch ein gewisses Gewicht. Die wiegen übrigens 44 Gramm mit den Kopfhörern hier drin. Kann man also auch sagen. 44 Gramm, Originale wiegen glaube ich 46 oder 48 Gramm. Ein einzelner Kopfhörer 3 Gramm, ansonsten das Case 38 Gramm. So sehen die also bisher aus. Das ist natürlich wieder Bluetooth 5.0. Weiterhin haben wir hier auch eine Geräuschreduzierung. Also ist natürlich auch mal interessant für den einen oder anderen. Ansonsten nehmen wir die jetzt mal raus. Wie ihr übrigens sehen könnt, hier hinten am Scharnier, es ist kein Branding vorhanden. Und es ist auch dieses typische i80, beziehungsweise auch von den neuen i200, dieses typische Scharnier. Es ist also nicht ganz original. Mal kurz als Vergleich, hier meine i1000 TWS. Das hat dieses originale Scharnier, was eben wirklich so matt ist und eben auch nicht so auftragend ist. Wie ihr eben schon sehen könnt, das sieht einfach ein bisschen origineller aus. Ansonsten aber vom Case, hier die i1000 meine Version, hier die von Gearbest, sind die fast exakt gleich. Also machen beide einen gleichwertigen Eindruck, auch vom Feeling her. Also wie gesagt, es fühlt sich ganz normal an. Das also zu den Case, die Kontakte sehen übrigens so aus. Und hier innen drin haben wir auch kein Branding, also auch nicht hier oben. Das also dazu. Zu den Kopfhörern kommen wir jetzt nochmal. Die haben natürlich hier die Beschriftung links und rechts. Diesmal ein großes Lob an Gearbest, denn die sind nicht irgendwie dickfett schwarz gedruckt, wie das bei den i80 oder so der Fall ist. Das gefällt mir so auch gut. Und ansonsten seht ihr eben selbst, wie sie aussehen. Was soll man dazu sagen? Sie machen wieder wirklich einen originalen Eindruck. Sehen natürlich wieder eins zu eins von der Bauform aus wie original. Machen auf mich jetzt auch keinen dickeren Eindruck. Ich vergleiche es mal ganz kurz mit den i1000 meiner Version. Einfach mal hier den linken nehmen. Schauen wir mal kurz wegen der Dicke. Das sieht also auch alles gleich aus. Mal gucken, ob überhaupt der Kopfhörer von mir hier reinpasst. Ja, passt sogar auch rein. Also, weiß nicht, ob der wirklich geladen wird, aber passt sogar auch da rein. Das also mal dazu. Ansonsten sehen die halt wirklich recht ähnlich aus. Auch wie gesagt, schön dünn gedruckt, dieses L und R. Auch hier innen. Das macht also wirklich einen wirklich guten Eindruck. Schön originell, so wie es sein soll. Hier unten fehlt auch das Branding. Also wie gesagt, das ist keine super Kopie, sondern einfach ein ganz normaler Nachbau. Und auch von den Spaltmaßen, da muss ich sagen, hätte man es noch einen Ticken perfekter machen können. Die sind bei den i80 oder eben auch bei den i1000 in meiner Version noch einen Ticken besser. Also man sieht hier unten schon mal ein bisschen die Spaltmaßen. Aber das ist nicht schlimm. Das ist wirklich melden auf hohem Niveau, denn für diesen Preis, das sieht man halt nur, wenn man wirklich genau hinschaut und nochmal drüber fasst. Aber vom Nachbau her und von der Qualität her, also vom Anfassen, macht das bisher wirklich einen wertigen, hochwertigen Eindruck. So sollte es sein. Optisch ein 1 zu 1 Nachbau, wie ihr eben auch schon sehen könnt. Vielleicht minimale Unterschiede, aber ansonsten trotzdem, so sieht es also vom Case aus. Sehr hochwertig vom Case und auch von den Kopfhörern. Auch so von den Anschlüssen, wir können sie reintun, sie sind wieder magnetisch, sie fallen also auch nicht raus. Vom Scharnier her, um auf das mal kurz einzugehen, kann man auch sagen, dass es ganz normal, wie bei den i80 eben auch ist, es geht relativ leicht zu. Hat also jetzt auch nicht diesen wirklichen Klappmechanismus wie vom Original. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so schlimm, dass es ganz, ganz leicht automatisch zufällt. Wir schauen mal ganz kurz. Ach, bei mir fehlt natürlich jetzt der eine Kopfhörer noch. Können wir mal ganz kurz schauen. I1000 gegen die von Gearbest. Da war also meine jetzt schon ein bisschen stabiler, aber ich möchte auch jetzt irgendwie nicht hier irgendwie Werbung dafür machen oder so für meine Version. Trotzdem nur mal so als Vergleich. Also das sollte ja jetzt nicht falsch verstehen, dass ich jetzt halt sage, das ist meine Version, meine Version, deswegen will ich die jetzt hier nicht pushen. Jeder, der die hat, kann sich selbst eine Meinung dazu bilden. Aber trotzdem einfach mal so ein bisschen ein kleiner Vergleich dazu. Das ist also zum Scharnier und ansonsten macht es trotzdem jetzt keinen schlechten Eindruck vom Scharnier. Das wirkt also auch noch sehr gut. Von der Verbindung her werden sie verbunden über Bluetooth 5.0. Das ist natürlich sehr verbindungsstabil, bis zu 10 Metern oder sogar ein bisschen drüber. Was mir auch aufgefallen ist, vor allem auch sehr verbindungsstabil. Also mit dem Mobiltelefon, es kommt kaum zu irgendwelchen Abbrüchen oder Rucklern. Was allerdings auch auffällt, dass wir ein leichtes Hintergrundrauschen haben, wenn wir auf ganz dicker Lautstärke hören. Und wenn wir einfach mal gerade keine Musik hören und die Kopfhörer einfach nur so verbunden haben, die ersten paar Sekunden habt ihr so einen leichten Piepston und danach wird der einfach wegreduziert. Das also zu diesem Thema. Von den Funktionen haben wir hier zum einen natürlich Wireless Charging. Das Case ist also Wireless Charging fähig, so wie es auch bei den Apple Airbus der zweiten Generation ganz normal ist. Im passenden Wireless Charger werde ich auch unten verlinken, wo ihr auch noch euer iPhone mit dabei laden könnt beispielsweise und auch noch eure Apple Watch. Weiterhin gibt es natürlich hier bei diesen Kopfhörern auch den W1 Chip. Dieser zeigt beim Öffnen des Cases bei Android, sofern ihr Air Battery als App benutzt oder auch bei iOS schon ab Werk, werden die dann direkt als Airpods erkannt. Und es kommt dieses Popup Window, wo ihr die reelle Batterieanzeige habt von beiden Kopfhörern und dann eben natürlich auch noch die Batterieanzeige vom Case. Das funktioniert also nur bei Android und auch bei iOS. Erstmalig bei Gearbest Apple Airpods Fake Kopfhörern gibt es den Smart Sensor. Sprich, wenn ihr die Kopfhörer im Ohr habt und einen Kopfhörer oder beide gleichzeitig rausnehmt, wird die Musik wie beim Original auch automatisch pausiert. Das klappt auch wirklich recht verzögerungsfrei. Ich imitiere das im Prinzip einfach hier davor mit den Händen, dass es eben aufhört, sobald man loslässt. Es soll eben das Ohr darstellen. Also das klappt auch wirklich hier sehr gut. Die Hey Siri Funktion gibt es allerdings bei den i1000 TWS von Gearbest hier nicht. Also ich würde nicht einfach Hey Siri sagen und der Sprachassistent lässt sich über die Kopfhörer steuern. Klappt hier bei diesen i1000 TWS leider nicht. Kommen wir jetzt allerdings nochmal zum Klang dieser Kopfhörer. Der ist natürlich am wichtigsten, vor allem der Klang und auch das Mikrofon hier in den Kopfhörern. Hier sind an beiden Seiten so Mikrofon installiert. Ihr könnt darüber ganz normale Sprachanrufe tätigen. Die hören sich auch wirklich gut an. Also man versteht euch darüber, wie immer bei den meisten Kopfhörern relativ leise. Ein leichtes Rauschen habt ihr immer im Hintergrund. Aber trotzdem kann man dazu sagen, dass sie verständlich sind. Vom Klang her lässt sich zu den i1000 TWS Folgendes sagen. Ihr habt vielleicht das Video zu den i80 TWS schon gesehen. Die i80 sind klanglich wirklich ganz weit oben. Die i1000 TWS, meine Version, ist ebenfalls gleichzustellen mit den i80 TWS. Das ist also wirklich top. Bei diesen i1000, die würde ich ein Stückchen darunter einsortieren. Aus dem einfachen Grund, die hören sich gut an. Vor allem für die Leute, die auf Bass stehen. Bass haben wir hier einen guten Bass mit drin. Das Problem bei diesen Kopfhörern ist nur, dass sie sich relativ dumpf anhören. Deswegen ist der Bass natürlich gut. Aber gerade bei Gesang, wenn es euch wirklich auf den Gesang ankommt, ist das hier eben ein bisschen zu dumpf. Nicht ganz so schön ausgewogen wie bei den Original Apple AirPods. Das haben wir eben hier nicht. Die sind eben wirklich ein bisschen dumpfer. Gerade die Höhen sind dafür eben ein bisschen unschöner. Das ist eben im Prinzip einfach das Problem von diesen i1000 TWS. Ansonsten, also mich persönlich stört es überhaupt nicht. Die hören sich noch sehr gut an. Aber sie sind eben verhältnismäßig dumpf im Vergleich zum Original und auch zu den i80 TWS. Von der Lautstärke aber sehr angenehm. Schön laut, also klanglich finde ich die persönlich gut. Aber für den einen oder anderen werden die wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu dumpf klingen. Da also darauf achten, was ihr hört. Hört ihr viele Lieder mit Bass, wo es nicht so um den Gesang geht, sondern eher um den Rhythmus, wie auch immer. Dann kann man das auf jeden Fall nehmen. Wenn ihr aber viel auf Gesang achtet, wenn ihr nur auf die Stimme hören wollt, dann sind die jetzt nicht so zu empfehlen. Ansonsten lässt sich für diesen Kopfhörer noch sagen, dass die in diesem Case drei bis viermal vollständig aufgeladen werden können. Denn die Akkulaufzeit von dem i1000 TWS, auch von Gearbest, ist natürlich exzellent. Wir erreichen hier auch dreieinhalb Stunden Akkulaufzeit bei 70% der Lautstärke, was wirklich top ist. Wenn ihr auf 100% hört, kommen wir so auf zwei Stunden, 55 ungefähr, also etwas unter drei Stunden, teilweise auch drei Stunden. Und wenn ihr auf 50% der Lautstärke hört, eben auch vier Stunden. Das ist wirklich exzellente Lautstärke, also eine exzellente Akkulaufzeit bei diesen Kopfhörern, die wir auch hier in der Gearbest Edition erreichen. Ja Freunde, das soll es jetzt auch von den i1000 TWS in der Gearbest Version gewesen sein. Ich persönlich kann sagen, auf jeden Fall so, schöne Kopfhörer, ein guter Nachbau von den Apple AirPods der zweiten Generation. Sie haben die tollen Funktionen, wie wir bei anderen Kopfhörern von Gearbest bisher sozusagen, die wir vermisst haben. Die sind hier jetzt integriert worden, die funktionieren auch weitestgehend wirklich problemlos, sie sind verbindungsstabil, sie funktionieren soweit top. Der Klang ist nicht komplett 1A, aber ansonsten sind es wieder gelungene Kopfhörer zum guten Preis von 35 Euro. Sofern ihr sie auf Gearbest unbedingt kaufen wollt, könnten die i1000 TWS hier die richtige Wahl sein. Wenn ihr allerdings auf wirklich spitzen Klang nicht verzichten wollt, dann trotzdem weiterhin einfach zu den i80 TWS greifen, die ich auch noch unten verlinken werde. Das soll es also jetzt gewesen sein von den i1000 TWS von Gearbest. Ich bin dankbar für euch fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Ich bin dankbar für euch.